Hallo, Borussia Mönchengladbach-Fans! Wir haben eine sehr interessante Nachricht über unseren Verteidiger Marvin Friedrich, der unter der Führung unseres Trainers Gerardo Seohane wieder aufblüht. In der letzten Saison hatte Friedrich nicht viele Chancen, als Stammspieler zu spielen, aber mit dem neuen Trainer scheint sich alles zu ändern. Unter Seohanes Leitung sticht Friedrich hervor und gewinnt mehr Platz im Team. Er war in unserem letzten Vorbereitungsspiel gegen den FC Ingolstadt in der Startaufstellung und hat gezeigt, dass wir uns auf ihn in verschiedenen taktischen Formationen verlassen können. In einem Interview nach dem Spiel zeigte sich Friedrich begeistert und engagiert für das Team. Er gibt in den Trainingseinheiten und Vorbereitungsspielen sein Bestes, um sich zu beweisen und seinen Platz in der Startelf zu verdienen. Trainer Seohane betrachtet ihn bereits als Kandidaten, der Verantwortung auf und neben dem Platz übernehmen kann. Mit den Veränderungen im Team und der positiven Stimmung, die geschaffen wird, glaubt Friedrich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Spielstil von Borussia verändert sich ebenfalls unter der Führung von Seohane, mit einem direkteren und offensiveren Fußball. Nun, liebe Fans, würde ich gerne eure Meinung zum Auftritt von Marvin Friedrich und zur Ankunft von Trainer Gerardo Seohane hören. Glaubt ihr, dass Friedrich eine Schlüsselfigur für unseren Erfolg in der nächsten Saison sein wird? Teilt eure Erwartungen und eure Begeisterung für das Team. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und euch auf dem Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten und Updates von Borussia Mönchengladbach zu bleiben. Begeisterung ідal